Was ist doch mit dir? Was ist los? Du kommst, wir haben ihn nicht umgebracht. Ja und? Die Show ist wundervoll gelaufen. Du musst sie tun. Du musst ihn umbringen. Sonst erzählte er allen, dass er Petra nicht erschossen hat. Was willst du damit sagen? Will ich damit sagen? Du hast mir doch die Pistole gegeben. Ich hab dir die Pistole gegeben, damit du sie versteckst, damit sich Petra nicht anfängt. Warum hast du mir die Pistole gegeben, damit ich sie erschieße? Du bist ja total, Barrett. Barrett, du bist krank. Ich bin krank, Herr. Ich bin krank. Okay? Okay? Ich bin krank. Untertitelung des ZDF, 2020